Die Börsenminute von Julia Kistner Nicht falsch verstehen, auch ich bin der Meinung, dass es in jedem Fall Sinn macht, früh mit dem Aktiensparen zu beginnen. Selbst wenn es nur 30 oder 40 Euro pro Monat sind, die man regelmäßig in gleicher Höhe beispielsweise in einen Aktienindex-Fonds steckt. Hauptsache man beginnt einmal mit dem Aktiensparen und lernt daraus. Und beginnt heute aber nicht gleich auf die Birkenstock-Aktie anzusparen, nur weil sie heute an die Börse geht und hoch im Kurs ist wegen dem Barbie-Film. Staatenwürdig zur Risikoreduktion mit einem breit gestreuten Index-Fonds, aber das ist eine andere Börsenminute-Podcast-Folge. Um wirklich vermögend zu werden, braucht es aber trotz allem schon einen gewissen Vermögensstock. Soll heißen, wer nicht mit einem Erbe rechnen kann, sollte in jungen Jahren, so meine persönliche Meinung, versuchen in seinem Brotberuf so gut zu verdienen, damit er durch den Kauf statt Miete seiner Wohnimmobilie seine Fixkosten nach Abzahlung des Immobilienskredits reduzieren kann. So bleiben ihm automatisch mehr verfügbares Vermögen übrig, mit dem er vorsorgen kann. Und wenn man dann mehr ansparen kann, dann wird der Traum auch realistisch, dass die Ersparnisse durch den Zinseszinseffekt fleißig für einen arbeiten und man seinen Work-Life-Balance in Summe ohne gravierende Einkommenseinbußen zugunsten von Freizeit verschieben kann. Vor allem aber, wer rechtzeitig darauf schaut, dass er gut verdient und dass er vor allem in jungen Jahren, am besten Vollzeit, arbeitet, hat dann auch im Alter genug. Das zeigen die Berechnungen der Pensionsversicherungsanstalt, präsentiert im Finanzjournalistenforum. Liebe Zuhörerinnen in der Schweiz und Deutschland, auch wenn die Zahlen natürlich aus Österreich stammen, kann man sie auch auf eure staatlichen Vorsorgesysteme umlegen. Daher erstens Augen auf bei der Jobwahl. Ein Lehrling zum Beispiel, der mit 15 Jahren seine Karriere beginnt und 50 Jahre in das umlagefinanzierte Pensionssystem einbezahlt, kommt auf ein durchschnittliches Einkommen von 3.200 Euro und einen Pensionsanspruch von 2.906 Euro. Ein Akademiker allerdings, der mit 25 Jahren ins Berufsleben erst startet, kommt auf ein höheres Durchschnittseinkommen von 4.500 Euro, aus dem dann trotz kürzerer Arbeitszeit eine um 300 Euro höhere Monatspension resultiert. Und zweitens, Teilzeitarbeiten ist natürlich angenehm und manchmal hat man auch nicht die Wahl, aber die bessere Work-Life-Balance muss einem im Alter deutlichen Einkommensverlust wert sein. Das Rechenbeispiel der Pensionsversicherung. Eine Frau mit einem Durchschnittseinkommen von 3.000 Euro pro Monat, die statt 40 nur 30 Stunden arbeitet, muss später eine um 12,5 Prozent niedrigere Pension in Kauf nehmen. Bei 25 Wochenstunden eine Pensionseinbuße um 18,8 Prozent und bei der Halbierung der Wochenstunden auf 20 wäre das ein Minus von 25 Prozent in der Rente. Jedes Monat. Alles klar? Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.